Waaaah! Salam Alaykum, kennst du das auch? Du machst auch gerne Wortspiele, die so schlecht sind, dass du beim Gegenüber siehst, wie einfach langsam der Lebenswille aus der Hülle entweicht. Dann bist du hier genau richtig. Was machst du da? Fußmatte. Oh nein! Knapp verpost! I tried so hard! Entgert so far! Okay! Was hast'n du da? Ich streich Holz! Was machst du da? Seid überbrücken! Spielst du nicht irgendwie ein Instrument oder so? Na klar, ich hab's keinen! Willst du mal mit? Ja! Oh! Ein Müllbeutel! Aha! Ein Müll! Gürtel! Was für eine sauere Ei! Hm! Vermülledeiht und zugenäht! Oh, ich krieg richtig Lust auf Wandern! Ich geh mal auf das Balkengebirge! Oh, schön! Oh, das ist ja gar kein Gebirge! Da hab ich jetzt gelogen, dass sich die Balken biegen! Sag mal, fliegst du eigentlich first class? Nee, nee, ich reißer schlicht! Was machen sie da? Das ist ein Gehländer! Hä? Ich bin Gehländermann! Außerdem, ich rutsch doch mit meiner Gehlände! Nicht? Hey Robin, was machst du da? Ich lieg hier so ganz entspannt auf einer Ron Weasley! Okay, cool! Aber ich wollte mal deine Skills sehen! Mhm! Du spielst doch auch ein Instrument, oder? Ja, ja! Pass auf! Ich spiel die Gitarre! Ich hab sogar eine riesige Plage, Mann! Ja, mei, das ist eine schöne Mauer! Ey, Marlin, ich flut mal hier hoch! Ich wacke! Hilf mir mal hoch! Halt das Maul und hilf mir mal hoch! Ja, da kann ich den unten! Okay, ich hopp! Du darfst weitergehen! Hey, hey, Marlin, wir müssen auf dem Bau! Los! Ja, ich würd' ja gern, aber der Helms klammen! Boah! Komm, dann lass liegen! Lass losrieren! Ich hoffe, der Chef ist nicht da rum, Mann! Ey, Marlin, spielst du nicht irgendwie ein Instrument? Ja, die Halfpipe! Die Halfpipe! Ich hab halt getroffen! Das ist aber eine schöne Mauer! Ich hab's! Ich hab's! Du darfst weiter... Ach, Mann! Hä? Was machst du denn? Kann der Stahlträger sein! Das ist doch viel zu schwer! Nimm doch mal hier so einen kleinen! Naja... Darf ich den auch mal haben? Ja, aber Vorsicht! Mhhh! So, also das Video ist fertig! Was machst du jetzt? Ich zieh von Tannen! Wir gucken mal an, was ich! Also, wirst du jetzt mal wieder auf! Hatscha, ich schraue... Also, wenn du nicht mit mir,biut's wirst, Tannen und in die Karte zusammen oder wirst du nicht mit mir vor. Boah! Ich schraube, wie der Karte. Wenn nicht mir raus, also mein Dich-tannoyen. Bembeiget.